Natürlich. Natürlich wieder Clubhouse, ist doch klar. Die bringen das echt fällig, so vier Maps zu machen, so alle vier Stunden wechseln sie dann oder sowas. Überraschen würde es mich echt nicht, ne? Ich wähle Cache, dann haben wir die überhand. Einer ist auf unserer Seite. Nein, er ist gewechselt. Schlafzimmer ist so bescheuert, weil, weißt du, wenn sie da irgendwie einmal reinkommen, ist es halt vorbei. Das ist so ein Alles-oder-nichts-Ding wieder, ne? Das kippt sehr schnell. Und wenn sie dann nicht mal vor Ort... Ich meine, wenn du mindestens zwei, drei Leute hast, die vor Ort verteidigen, dann geht das, ne? Aber wenn sie dann so einen Spot nehmen, Weißt du, dass du da noch wegkennst? Weil der ist halt schon so ein Ding, der verteidigt sich nicht von allein, ne? Wie man das andere. Das stimmt ist aber, du hast ja hier keine Entdeckung. Also entweder, äh, die ganze Zeit genug von aus zu verteidigen oder du musst halt irgendwie drinnen bleiben. Ja. Und wenn sie erst mal geplantet haben, Also es ist genauso schwer reinzukommen, wie die zum Planen. Ja. Das ist ein sehr undankbarer Spot für die, die rein müssen. Wow, 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 wow. Ist gerade noch richtig eine Kugelbäume eingeschlagen. und die auswahl auch nicht aufgemacht ich muss nach hause nur noch drei ap da war das gerade ist tot alles gut der letzte draußen ich habe schon kurz gedacht wo kommt der jetzt von rechts einer der kassel plötzlich gestört richtung geschossen hat wie sowas von erschreckt aber wir haben die cash wir haben sich aufgehalten das ist aber jetzt auch wieder das ganze magazin gerotzt weil ich wieder überall links und rechts daneben geballert habe aber es hat gerade noch so gereicht mit drei hp überlebt ihr alter schwede aber das war harte pusher gewesen alter latz oder lief die runde schon zwei minuten und ich habe irgendwie nicht richtig auf dem schirm gehabt weil das war jetzt sehr plötzlich waren die standen die alle vor ihm doch 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 ganz genau ich wollte jetzt gehen die wand zur garage aufmachen alter ja bock drauf wir hatten die rotation zu das hörte sein blutdruck endkültig die höhe stellen lassen ich mache die garage war doch zu sobald die penner hier weggelaufen sind kein problem aber der rennt nicht weg aber du hast zugemacht der stirbt die gleich dort unten das fenster auf zum vorderen ja hier aber keiner alter hat mich die source noch fenster erst gedacht ich bin natürlich wir sind zwei am fenster hier 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 Da sind wir hier in Cash. Einer ist hier draußen am Fenster, anderer bei Cash kann das sein. Okay. Spannend. Hat hier draußen wahrscheinlich geseilt oder so. Die Nöcke, Alter. Ich hab mich da ganz schön hart weggenommen. Solltest du die Bar oder ein anderer? Mhm. Ich hab die Bar genommen. Einfach nur, einfach nur was anderes anzuklicken, weil ich es kann. Mhm. Aber leider Gottes, äh. Der Plan ist gut, die Umsätze waren so schlecht. Jetzt machen die hier eine Wand auf Richtung Blue. Alter, sind die... Die sind so hirntot, ne? Lass die Gegner rein. Lass doch die Gegner rein. Die anderen Händen, die ran, da ist der Pus-Zieh dran. Und wenn du hoch, dann hoch. Oder deine Mutter ist dran, ist auch nicht gut. Oh Gott, die haben da die Luke aufgemacht. Ja. Da kam ich leider zu spät zum Verstärken. Der stirbt jetzt hier gleich beim Spawn. Ich will das sehen, wie er stirbt. Ich guck ihm zu. Nein, der holt noch einen weg. Jetzt gibt's gar nicht, ey. Move your ass, ey. Das gibt's aber nicht. Der weiß ist doch, ey. Ey, ich hab den gekillt. Ich will mit dem nichts zu tun haben, ey. Die sind so assi, scheiße, schlecht, doof, alles. Deimos haben die auch noch, ey. Können wir das auch noch gebrauchen, ey. Wie ist rein von dem ge... ...dingt. WALF FORTFICATION UPDATED OPT FOR LAST OPSTANDING Bis zu Blue noch alles zu, bis auf die Tür, oder? Äh, ich hab... Blue hab ich, äh, auch zugemacht, die Wand. Die Wand nicht unverstärkt. Okay. Ich bin hier oben an der Luca. Okay. Irgendwie alles verdächtig ruhig hier überall. Ich hab die Tür auch noch zu. Dann komm ich aber hier nicht mehr zurück, ne? Das ist okay für mich. Siehst du? Ich mach die aber wieder auf. Da war vorhin schon einer unten drin, tatsächlich, im Raum. Hab ich dann mal weggenommen, weil, äh, dachte mir, der darf da nicht sein. Der Lingling ist auch ein bisschen komisch, find ich. Hm. Und ich hab einen getötet, der dann einen Kill für gekriegt. Das versteht nicht ganz. Wahrscheinlich war das eine Millisekunde früher, oder so. Äh, gut möglich. Also mit Sicherheit oben. Ja, klar. Die verteidigen jetzt schon erst mal hier, äh, im Schlafzimmer. Ich hab mir schon anguckt, dass er den, das affige Bild von Leiden genommen hat. Das ist ja wirklich das... Ach. Grauenvoll. Hm? Naja. Das ist ja eine Schmalzlocke da, ne? Grauenvoll. 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 We need to locate a bomb. Nein, schlaft zwar. Die Klammkrieg hat einen Bomb gefunden. Die Klammkrieg hat einen Bomb gefunden. Die Klammkrieg hat einen Bomb gefunden. Oh, die machen die Außenwand auf. Willst du einmal oben rein die Füße? Das riecht eigentlich 100.000 rote Pinks überall um mich rum. Jetzt nicht mehr. Da waren die gerade drei Leute in den Drohnen und haben alles gepinkt. Hier ist irgendwo einer. Jetzt kommt vor... Ja, Mann ey. Das kommt noch von der anderen Seite. Na klar. Was ist denn da auf? Seid von uns schon rein. Wäre schön, wenn es so wäre, aber ich fürchte, dass da gleich einer von denen rauskommt. Ja, super. Der Gegner als Verbündete. So, jetzt machen. Das hat wir ja auch am Anfang der Runde schon. Sie auf. Ja, das auf. Wenn die alle so blöd sind, könnte es noch was werden. Ey, du hast 25 Sekunden und zwei Gegner. Einer ist Asami, einer ist Goyo. Äh, an der Treppe höre ich, was? Ja, ja, da hinten am anderen Eingang. Hinten durch. Geht gerade reingegangen. Ja, viel Erfolg. Scheiße. Ich konnte halt nicht mehr aufhören. Ja, jetzt muss ich gar nichts drauf einbilden, wenn ich sowieso nicht mehr abbrechen kann, ne? Was für ein Loser, ey. Ich habe ihn erschossen, während er sich nicht wehren konnte. Ja. Ich bin der Geilste. Ist wie ein Löwen im Zoo erschießt, durchs Gitter durch, ey. Aber ich war eigentlich schon fertig, ne? Wäre er eine Sekunde später gekommen. Wäre es vielleicht sogar noch klappen können. Ich hatte auch keine Zeit mehr. Manchmal mache ich einfach gerne Fuse-Ladung in eine Richtung, aus der er kommen kann. Und zünde die einfach, weil die macht ja auch erst mal, weißt du, mehrere Sekunden lang den Weg zu. Ja, aber leider war echt die Zeit ein bisschen sehr knapp. Ah, das war jetzt... Ich hätte gleich noch da hinten gehen sollen. Ich habe erst da oben zu lange rumgepimmelt noch. Da waren noch drei Leute weggeholt, ne? Voll Idioten, ey. Wo sie eigentlich bloß nur auf dem Arsch sitzen müssten und zugewinnen. Nicht mal das kriegen sie geschissen. Er hat doch irgendein Makro aktiv oder so, Assami. Ich habe sie doch wegen Cheating gemeldet, wegen dieser Rumpenbergerei. So schnell kann doch kein Mensch die Taste drücken. Hm. Wäre gut, vielleicht schon, wenn du deine Tastatur irgendwie massakrieren willst. Aber das ist alles andere als gesund für die Taste, wenn du das machst. Reloading! Da unten am Fenster. Unten am Fenster, einer? Die Tür haben sie gerade aufgeklopft, von innen, oder? Kann sein. Ich mache mal hier unten noch eine Claymans Fenster auf jeden Fall. Beschossen haben sie dann. Sein, Sir. Ah, der wartet sogar. Oh. 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 oh 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 bin auf der garage und und rotation und 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 und